So hört sich das an, wenn man beim Ryder Cup Heimvorteil hat. Go Europe! Die Fans sind jetzt schon beim ersten Abschlag total enthusiastisch. Also es ist eine Wahnsinnsstimmung hier vor Ort in Glen Eagles. Und alle drücken natürlich, bis auf ein paar Amerikaner Europa, die Daumen. Für Sie vor Ort in Glen Eagles Schottland beim Ryder Cup. Christopher Lemberopoulos für Sky Sport News HD. Christopher Lemberopoulos für Sky Sport News HD.